ja ich habe den eingang gefunden ihr müsst einfach aus dem museum raus und dann rechts entlang laufen und dann sehen wir schon iceberg lounge und ja auch ein paar nette typen erwarten uns hier ich habe ja keinen schiss ich bin doch hergekommen auch wieder ein schildtypen ok zwei schildtypen aber die dürften ja auch kein problem sein und mal her so jetzt gibt es ordentlich haue und leider auch wieder ein ritter typ das heißt sie müssen wieder ein bisschen vorsichtig sein was wir tun aber kriegen wir sind der relativ natürlich ein schild natürlich was auch sonst das wollte ich gar nicht kommt er doch nicht um zu dem arbeit man du machst du bist du immer diesen typen so jetzt aber geht doch jetzt den kommst sehr schön aber der muss noch stehen bleiben sehr gut geschafft ich merke es wenn du mögst wer dich nicht bitte du mir nichts ich sag alles gute nacht schlaf schön ja dann ab in die iceberg lounge endlich sie zu dass du von hier die tür ist auf mann jo danke man super jetzt bin ich aber gespannt was könnten die für uns auf lager haben du bist zurück cool schätze du hast den funk gehört habe ich was haben sie entdeckt das kommt da drüben glaubt dass er etwas mit minen zu tun hat er war beim bombenräumkommando dachte du könntest das brauchen ich sehe es mir an klingt gut klingt sehr gut unterbrecher minenzünder zündet aus der entfernung wie ihn mit deren explosion sich gegner in der nähe zu boden schleudern oder zugänge zu bereichen mittel ritter trophäen freilegen lassen der unterbrecher kann nur zwei mal benutzt werden bevor er sich wieder aufladen muss wahrscheinlich hier fehlt der text aber den hätten wir vorher gebraucht in worden der city verdammt na gut nehmen wir mit danke bevor es kugeln hagelt ne ich war nachher nie in der iceberg lounge sehr interessant hier ich kann es kaum erwarten hier weg zu kommen ich habe für den rest meines lebens genug von arkham ja verstehe ich cool hier was gibt es denn hier so ah der pinguin natürlich überall oder wie hier sind auch pinguine ist auch kabel pot ok hier irgendwo müsste des rätsels lösung sein jedoch habe ich das rätsel nicht ganz gelesen deshalb bin ich mir gerade so unsicher ich lese es noch mal ne wo sind die rätselchen nein das war nicht hier das war hier ne wo ist das denn ein ritter trophäe ritter trophäe ritter trophäe ritter trophäe ritter trophäe ach paru amüsier mal ne 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 museum und seh nichts böses hör nichts böses sag nichts böse Brüder in Waffen Seh Beantworten lässt sich diese Frage Brüder in Waffen Womit schützt man sich Wenn es Kugeln hagelt Ok Womit schützt man sich wenn es Kugeln hagelt Weiß ich auch nicht Womit schützt man sich wenn es Kugeln hagelt Womit schützt man sich wenn es Kugeln hagelt Pinguinen Ne Hier müsste doch irgendwo irgendwas sein das uns weiterhilft Was ist das denn Hier in den Computer ok hilft uns nichts Gibt es hier Keinen Regenschirm oder so Pinguin schützt sich doch bestimmt mit dem Regenschirm Ah was gibt es denn hier noch Vielleicht finden wir hier etwas Ah das ist hier ok Ich will mich immer noch rechen Batman Jaja Sanchez Oh Ach die habe ich gar nicht gesehen Mist Jetzt brauchen wir den Unterbrecher Sehr schön Sehr schön So Nehmen wir mit Aber womit schützt man sich denn jetzt wenn es Kugeln hagelt Ich weiß es nicht Meine Jungs werden tun was nötig ist Batman Sehr gut sehr gut Dann helft mir mal bei diesem Rätsel Ok das war auch nicht schlecht dann haben wir ein anderes Rätsel gelöst Für die Öffentlichkeit war die Iceberg Lounge ein angesehenes Etablissement Aber unter der schillenden Oberfläche war es ein lasterhafter Ort Die erste Adresse wenn man auf dem Schwarzmarkt handeln oder an verbotene Waren kommen wollte Das angrenzende Pinkney Institut für Naturkunde wurde zu Pinguins Lagerraum und Operationsbasis umfunktioniert Jede Nacht fanden dort Kämpfe auf Leben und Tod statt Den Gewinnern bot der Pinguin an für ihn zu arbeiten Ja und womit schützt man sich jetzt wenn es Kugeln hagelt Oh ein Aufstieg Ich glaube dann nehmen wir nochmal den Kampfpanzer Finde ich gut Und ihr hoffentlich auch Aber ich sehe nichts was vor Kugeln hier schützt Also ich habe da irgendwie gerade so keinen Plan Ehrlich gesagt Ich weiß es echt nicht Oder ich übersehe es halt einfach gerade Es kann natürlich auch sein Ja Leute ich weiß es nicht Sorry gehen wir einfach weg hier komm Äh falsche Richtung Wir haben ja ein anderes Rätsel gelöst Das ist auch gut Hier liegt nichts ne Ja ok Danke Kumpel Wir gehen dann mal Wir gehen dann mal Ich habe noch ne Oh Entschuldigung Ich habe noch ne ähm andere Ein anderes Rätsel gelöst Und äh das zeige ich euch gleich Ich habe es nämlich noch nicht aktiviert Ich krieg nur Schub wenn ich den Greifhacken auf größere Distanz einset Ja 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 schon gut Huch Hilfe Halb bitte Wo ist der? Komme schon Ja 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 ich komme schon Raad So. Kaum zu glauben, dass du mich gerettet hast. Jojo, kein Problem, du hast mich immerhin zu einer Riddler-Trophäe geführt. Nett von dir. Wirklich sehr nett. So, jetzt aber schnell ins Museum. Keine Angst, es ist gerade im ersten Raum, also... Nicht, dass ihr denkt, oh, wie weit muss denn der jetzt wieder zurücklaufen? Nicht weit, nicht weit. Komm, lade, 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 schneller! So, wer hat hier das Sagen? Die Marionette oder der Marionettenspieler? Natürlich geht es um die Puppe da unten. Die ich immer noch nicht weiss, wie sie heisst. Aber vielleicht erfahren wir es jetzt. Nabengesicht. Die erste Scarface-Puppe wurde aus einem alten Galgen des Blackgate-Gefängnisses geschnitzt. Irgendwann fiel sie in die Hände des duckmäuserischen Arnold Wesker, der seinen Mafia-Clan enttäuscht hatte, weil er sich mehr für Bauchrinerei als für Waffen interessierte. Also doch Scarface. Habe ich glaube ich damals gesagt, oder? Ich weiß es nicht mehr. In Weskers Händen wurde Scarface zum seltsamen Mafia-Boss, bis Wesker eines Tages in der Anstalt von Arkham eingesperrt wurde, ohne seine geliebte Puppe. Wesker musste improvisieren und erschuf mit Hilfe von allem, was er finden konnte, einen neuen Scarface. Einen, der nach Weskers Abreise aus der Anstalt stumm blieb. Als Joker Arkham übernahm, fand er die Puppe und begann sie zu mögen. Scarface bekam eine grelle Lackierung, eine neue Stimme, ein krankes Lachen und einen kranken Sinn für Humor. Sehr interessant. Danke dafür, dieses Rätsel wäre gelöst. Und wir sollten uns langsam auf zu Freezy machen. Sonst sterben wir wirklich noch. Wir verpleppern hier viel zu viel Zeit. Es geht ja gar nicht. Komm, beeil dich mal. Oh, super. Uh, das Telefon klingelt. Na gut, machen wir das gleich mal. Wo ist denn das Telefon? Ach, hier drüben. Ich höre. Oh, Batman. Du klingst ungeduldig. Das ist gut. Das ist sehr gut. Nur so kannst du mein Spiel gewinnen. Wie du vielleicht weißt, erlöse ich die hirnlosen Marionetten, die das Glück haben. um meine Rufe zu erhören. Du erlöst sie nicht. Du bringst sie um. Kommt wohl ganz auf die Perspektive an. Ich sehe es so. Das sind drei kleine Schweinchen, die nur darauf warten, dass ich sie vom Leben heile. Könnte mir gut vorstellen, dass die das nicht ganz so sehen. Wenn du sie verletzt säß, komm ich dich holen. Darauf möchte ich wetten. Doch vorher ein Spiel. Irgendwo in Arkham City klingelt in diesem Augenblick ein Telefon. Ich weiß, es ist ein großes Gebiet, aber du findest es. Brauchst du zu lang, töte ich die Schweinchen. Und versuch ja keine Tricks. Ein Freund half mir, dieses Signal über jeden Verbindungsknoten von hier bis Bloodhaven zu leiten. Du findest mich nie. Jetzt leg auf und fang an zu laufen. Klingeling. Klingeling. Ja, es hat Freunde. Oh Mann. Na, dann los. Schnell Batman. Wir müssen uns beeilen. Huch, das war nicht so gut. Ich muss irgendwo weiter rauf. Hey Freunde. Wie geht's? Tschüss. Wir werden das schon schaffen. Los. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 200 Meter. Ich glaube, das kriegen wir schon hin. Außer es werden da Typen stehen. Dann haben wir ein Problem. Wir kommen, Telefon. Und irgendwann werden wir es vielleicht schnappen. Ich hab's noch nie geschafft. Besser gesagt, ich hab's nur einmal durchgespielt und da hab ich's nicht hingekriegt, weil ich nach der Hauptstory nichts mehr gemacht habe. Aber vielleicht kriegen wir es ja im Let's Play hin. Ach Mist, es ist da unten. Okay. Wo, wo, wo ist es? Da drüben. Okay. Komm schon. Hey, wieso? Bist du blöd? Du kommst über diesen Absatz nicht rüber. Geht doch. So. Hab ich dir je von meinem ersten Mord erzählt, Batman? Nein. Nein. Wie du sicher weißt, waren meine Eltern tot und ich reich. So reich, dass ich alles haben konnte, was ich wollte. Aber ich wollte nur, dass sie leben. Jetzt weiß ich, dass dies unmöglich war und ihr Tod einem höheren Zweck diente. Aber damals, da hatte ich noch keine Ahnung davon, wie viel Spaß es macht, warmes Fleisch zu zerschneiden. Mir war überhaupt nicht klar, wie ich es all diesen Leuten ersparen könnte, ihr elendes Leben zu leben. Du hättest es dabei belassen sollen. Wirklich? Dann höre ich jetzt auf. Such ein anderes Telefon, Batman. Bis dann. Ja, man muss immer dem Signal folgen. Okay. Das hätten wir fürs Heute. Da geht's vorläufig nicht weiter. Da ist schon wieder ein politischer Gefangener. Achso. Politische Gefangener und die Leute von den Gegnern, alle haben die selbe Stimme. Ach Mist, da sind noch mehrere. Ich will den Riller tun. Da bist du ja, Batman. Komm her, Riller-Typ. Komm hier rüber. Ich komme schon. Bin schon da. Bitte, lüg mich nicht an. Hab gerade erst das Blut von einem deiner Freunde von mir abgewaschen. Wie hart. Nein, ich werde dir alles sagen. Genau das wollte ich hören. Und jetzt wasche ich mir dein Blut weg. So. Da vorne ist auch schon das Gebäude, in dem Riller steckt. Ja, endlich. Wir haben es fast geschafft. Und da sind natürlich auch wieder Typen. Oh, Heinz. Keine Ahnung. Es friert immer wieder ein. Boah. Das ist Freeze. Er macht irgendwas. Hast du einen Plan B? Wie kommen wir jetzt da rein? Gar nicht. Das werde ich Harley sagen. Was? Bist du taub? Quinn ist auf dem Weg hierher. Sie klang richtig sauer. Ich glaube Joker geht es schlechter. Sie kommt her, um uns Feuer unterm Arsch zu machen. Und wenn sie fragt, wieso wir das Mittel für Joker noch nicht haben, zeige ich auf dich. Aber ich kann nichts dafür. Erzähle das nachher. Das ist ein Witz, oder? Sehe ich aus, als würde ich Witze machen? Ich lass mich nicht umlegen, nur weil du nicht mal einen Eiswürfel klein kriegst. Okay, halt sie hin. Ich krieg das Ding auf. Irgendwie. Aber vorher werde ich euch ausschalten, Freunde. Oder auch nicht. Jetzt aber. Yeah, das stimmt. Ihr habt mich erkannt. Kuch, das war ein Fail. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen, weil ich gerade rumfehle. Immerhin kein Riller-Typ, aber ich fehle gerade übelst rum. Obwohl, wir haben ja Kampfpanzer genommen das letzte Mal. Das war vielleicht gar nicht schlecht. Ah ne, Mist, das war ne falsche. Ja, gib! Her! Mit dem Zeugs! Her damit! Ich will euch alle ausschalten! Hi, ich hab doch drei gedrückt. Weck mit dem Schild! Mann! Mann, das gibt's doch nicht! Ich stelle mich gerade saudumm an. Aber ich wollte den da hinten treffen. Sehr gut. Sehr gut. Hä? Er hat mich dort getroffen, der Arsch. Aber diese Schild-Typen, wie die Nerven, ey! Wie die Nerven! Oh! Oh, lass los! Und der hier muss auch noch weg! Genau wie du, Kumpel! Nein, Mist! Ja, wir schaffen's noch, wir schaffen's noch! Yeah! Das war's! Wieso tut ihr mir das ständig an? Wieso tut ihr mir das ständig an? Scheint fast so, als würdet ihr euch jeden Tag beim Aufstehen überlegen, wie ihr mich am meisten entdeuschen könnt! Harley, wenn du im GCPD-Gebäude bist, dann knall ein paar von den Typen da ab, ja? Kein Problem, Schatzi! Falls von euch noch einer lebt, sofort zur Basis zurückkommen! Ihr Spinner! Na ja, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir zu Freezy gehen! Bis dahin! Ciao!